Wessendorf Die Gemeinde liegt im Gerichtsbezirk und liegt im Bezirk Kitzbühel und liegt 783 Meter hoch. Der Bürgermeister ist der Schweiger René und wie gesagt Westendorf mit 3.693 Einwohnern. Die Gemeinde liegt im Gerichtsbezirk und Bezirk Kitzbühel, liegt 783 Meter hoch und der Bürgermeister ist der Schweiger René. Und wir grüßen die Lena, die gesagt hat, die soll die OZ-Botage hier in Westendorf machen und die mache ich jetzt auch. Grüße an Lena, die sich die OZ-Botage in Westendorf gewünscht hat. Und ich sage Herzlich Willkommen aus Westendorf im Unterland. Herzlich Willkommen, Wünschmoderator, Reporter Stefan Wanker und Grüße an Lena. Des Weiteren hier zu sehen das Gemeindeamt mit den schönen Blumen drauf, die Sie hier sehen können. Das Gemeindeamt von Westendorf. So in der nächsten Einblendung die Pfarrkirche von Westendorf, die dem Heiligen Nikolaus geweiht ist. Die ist dem Heiligen Nikolaus geweiht. Die Pfarrkirche von Westendorf. Die gehört zum Dekanat Brixen im Talle in der Erzdiözese Salzburg. Die Pfarrkirche von Westendorf, die dem Heiligen Nikolaus geweiht ist, gehört zum Dekanat Brixen im Talle in der Erzdiözese Salzburg. Und vor der Pfarrkirche in Westendorf steht dieser Brunnen hier mit diesem Motiv drauf. So nun befinde ich mich im Innenraum der Pfarrkirche zum Heiligen Nikolaus in Westendorf, die 2001 renoviert worden ist. Eine sehr schöne Kirche ist das. Herzlich willkommen zur 59. Ortsreportage. Das ist schon die 59. Ortsreportage. So hier sehen Sie die Sennereigenossenschaft Westendorf. Die Sennereigenossenschaft Sennerei Westendorf hier zu sehen. So und hier sehen Sie das Haus der Vereine abgebildet. Das Haus der Vereine. Des Weiteren hier im Bild zu sehen der Alpenrosensaal, wo auch diverse Veranstaltungen stattfinden. Der Alpenrosensaal. Und hier sehen Sie das Schulzentrum. Schulzentrumgebäude hier. Schulzentrum hier. Nicht zu klein. Hallo. 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 Guten Morgen. Hier Urlaub in Westendorf. Erster Tag heute, ja? Erster Tag. Westendorf ist sehr schön. Ein sehr schön. Wir müssen noch mal sehen. Wir sind gestern angekommen und nur. Ja. 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 Und immer noch im Sommer hier, oder? Ja, ja. Wintern hier, oder? Nein, nein. Keine Winter. Und in welcher Hotel seid ihr hier? Hotel Post. Ah, die Seite. Welschendorf, heute kein gutes Wetter, aber... Ich habe gedacht, es wird schön, aber... Ja, da muss die Sonne noch kommen. Ja, die Sonne fehlt noch. Und dann muss jeder andere. 22 Grad. Wie viel gerade ist es nur? Bitte? Wie viel gerade ist es nur? Ja. 22? 18? 20 Grad. 20 Grad geht es schon, ja. Auf 22, heute Mittag. 30 Grad sollte es schon bekommen, die Woche. Ah, das ist nicht nur das. Und wenn ihr hier seid, geht ihr viel wandern, oder? Viel wandern, oder? Ja, wir gehen um 11 Uhr mit dem Bus nach Guffstein. Ach so, ja. Und von Guffstein nach Wilde Kaiser. Ach so. Und dann wir zurück nach Hotel schlafen. Ach so, ach so. Morgen, das weiß ich schon nicht. Ja. Es kann nicht immer nur Spaß sein, ne? Ja, ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Dankeschön im Interview. Ja, danke. Danke, danke. Und in Westendorf hat es sehr schöne alte Häuser. Wie man hier sieht, ein traditionelles altes Bauernhaus. Hier in Westendorf zu sehen. Und hier das Gasthof-Restaurant Mesnerwirt. Wo man sehr gut speisen und trinken kann. Gasthof-Restaurant Mesnerwirt. Und Westendorf ist auch das Europadorf. 1998. Europadorf Westendorf. So, nochmal herzlich willkommen hier aus Westendorf. 3693 Einwohner hat Westendorf. Und die Gemeinde liegt im Berichtsbezirk. Und der Kispel liegt 783 Meter hoch. Und der Bürgermeister ist der Schweiger René. Und Westendorf ist das Blumentorf. Das schönste Blumentorf ist Westendorf. Und da gibt es auch den berühmten. Ander gibt es hier in Westendorf. Und wie gesagt, wir gehen jetzt gleich weiter zur nächsten Zähnenswürdigkeit. Der schöne Maibaum hier vom Westendorf noch zu sehen. Den Maibaum unter Blick nach Westendorf. So, und hier im Bild sind Sie die Feuerwehrhalle von Westendorf mit 5 Einsatzfahrzeugen. Die Feuerwehrhalle von Westendorf. So, ich bedanke mich jetzt sehr fürs Zuschauen. Das war die 59. Ausgabe. 59. Ortserportage hier aus Westendorf. Sie sehen hinter mir den Maibaum und die Kirche. Sie sind hier im Hintergrund. Wie gesagt, Westendorf mit 300, 300, 300, 300 Einwohnern. Das ist die Gemeindeliege Gerichtsbezirk und Bezirk Kitzbühel. Wie gesagt, 783 Meter hoch liegt Westendorf. Und der Bürgermeister ist unser junger Mann, der René Schweiger. Das war die 59. Ausgabe der Ortserportage hier aus Westendorf. Ich habe auch ein Interview geführt und dann sahen Sie ein altes... Also, Westendorf ist das schönste Blumentorf, muss ich dazu sagen, ganz vergessen. Und ich würde mich freuen bei YouTube auf zahlreiche Likes. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war jetzt schon die 59. Ortserportage hier aus Westendorf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reporter Stefan Wanker. Wiederschauen und schönen Tag noch. Und eine schöne neue Woche. Also, ich muss dazu sagen, schöne Grüße noch an Lena, die sich die Ortserportage gewünscht hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schöne Grüße an Lena. Wir sehen uns beim nächsten Mal.